Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und für heute darf ich euch herzlich begrüßen zu der Auflösung des Gewinnspiels für den 10 Euro PSN oder Xbox Guthaben. Vielleicht habt ihr es gestern auf Instagram gesehen, da habe ich geschrieben 16 Teilnehmer. Das war nicht richtig, mir wurden zwei Kommentare nicht angezeigt. Es sind eigentlich 18 Teilnehmer. Ich habe ja gesagt, ab 20 Leute gibt es 20 Euro im Pott. Jetzt werden es aktuell 10 Euro PSN Guthaben und 5 Euro Amazon Gutschein. Freunde, ich mache jetzt keinen Geschiss wegen zwei Leuten. Deshalb werden heute 2 mal 10 Euro PSN oder Xbox Guthaben verlost. Das Video kommt um 17 Uhr. Ich werde euch, wenn ihr gewonnen habt, mindestens innerhalb von einer Stunde anschreiben, fragen, was ihr von beiden wollt und euch dann den Code zukommen lassen. Den Code werde ich bei VGO bestellen und euch dann, wie gesagt, schicken. Solltet ihr heute nichts gewinnen, seid nicht traurig. Am Donnerstag, wenn die Videobots kommen, gibt es ein erneutes Gewinnspiel. Ich habe mir da auch schon was Cooles einfallen lassen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Schaltet am Donnerstag dringend wieder ein, um nichts zu verpassen. So, wir reden nicht lange um den heißen Bayern rum. 2 mal 10 Euro stehen auf dem Spiel. Für 2 von euch 18 gibt es heute die Möglichkeit, das zu gewinnen. Und wir drehen das erste Mal das Rad. So, SilasLR7. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst entweder 10 Euro PSN oder Xbox Guthaben. Ich werde mich bei dir melden. Und dann wirst du das bekommen. So, Silas kommt jetzt natürlich raus aus der Liste. Wer ja doof in der 2 mal gewinnen könnte. Ihr habt ja auch auf Instagram abgestimmt, dass jeweils jeder 10 Euro gewinnen soll und nicht einer alles. Deshalb, Silas, an der Stelle, du fliegst jetzt raus. Hast aber 10 Euro gewonnen, ich werde mich bei dir melden. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt updaten wir das Rad. Und eine zweite Person hat die Möglichkeit, heute einen 10 Euro PSN oder Xbox Gutschein zu gewinnen. Also, drehen wir das Rad. Viel Glück an alle. Und schaltet auch auf jeden Fall Donnerstag wieder ein, wenn ihr immer noch was gewinnen wollt. Ja, Freunde. Also, lasst uns das Rad drehen. Und echter Max-Unterstrich. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst den zweiten PSN oder Xbox Gutschein. Ich werde mich bei dir melden. An alle, für die es jetzt nicht geklappt hat. Ich sage es ein letztes Mal. Schaltet Donnerstag auch wieder ein. Und in dem Sinne, Freunde, lasst gerne eine positive Bewertung da, einen Kommentar, was auch immer. Würde mich freuen. Schaltet auch morgen wieder ein zu einem neuen Video und Donnerstag zu den Rewards. Und bis dahin, Wiederschauen, Reingehauen. Ciao.